Nächste Folge Drive.de Trashtalk Taxi, diesmal mit zwei gestandenen Familienvätern Yannick Seidenberg und Jason Jeffrey. Servus Jungs! Hi! Grüß dich! Servus Yannick! Servus! Servus! Seid ihr leise da hinten bitte, wir wollen hier arbeiten! The first game is called Quick Questions Quick Answers. Habt ihr irgendwelche Traditionen nach gewonnenen oder verlorenen Spielen? Das muss einen Matsumoto fragen, der hat 400 Rituale. Was macht er? Zeitlang ist er genau 19 Minuten und 19 Sekunden Fahrer gefahren vor dem Spiel. Das ist eine Rücknummer. Blond oder brunette? My wife is brunette, so I better say brunette. In meiner Jugend war ich verliebt in folgenden Star. Was ist Tara Reid? Tara Reid? You guys know Tara Reid? Is she a pornstar? Yes, no. I'm not a pornstar. Don't talk about her like that. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Was ist deine lustigste Erinnerung an die Meisterfeier? We carried him to the cab. I don't know what time it was at, but we literally picked him up and carried him and put him in a cab. Was sollte man unbedingt über Jason wissen? Jeder weiß, dass das Pferd unsere Mannschaft ist, weil er so hart arbeitet auf dem Eis. Ach so. Der am hartesten oder die hartesten Arbeit im Spiel bekommt eben die Maske. Oder was Besonderes gemacht hat. Und ja, deswegen gegen Jason haben wir eigentlich die Maske jetzt. Das nächste Spiel heißt, wessen Kinder würden er? Wessen Kinder würden er Fußball statt Eishockey spielen? Ich schätze mal, meine. Deutsche Familie. Wenn die Kanadier bei uns haben Fußball vor dem Spiel, wir haben uns ja auch mit Fußball, dann denken wir bei meinen Kanadiern, die spielen Fußball mit Skischuhen an. So springen die Bälle vom Fuß weg. Wessen Kinder würden eher fernschauen als rausgehen? Mein kleiner, der Ted, der ist eineinhalb. Wenn er den Fernbediener sieht, da dreht er völlig durch und schreit, Kika, Kika. Kann er nicht viel hören? Dann mach ich's an, dann sitzt er auf der Couch. Wessen Kind würde am ehesten eine Rauferei im Kindergarten anfangen? Ted, für sicher. Wie kann ich Ted kennenlernen? Der klingt wahnsinnig. Kann man ihn mal anrufen? Ja, oder? Hi. Ich bin gerade im Taxi. Hallo, servus. Hi Teddy. Schau mal in die Kamera, Teddy. Da ist er. Willst du Tschüss sagen zu allen? Sag Tschüss. Tschau Ted, danke. Jungs, seid ihr bereit für das legendäre Kellen-Spiel? Licht, machen wir an, oder? Ja, ist ein bisschen dunkel mittlerweile draußen. Wer von euch beiden ist der strengere Vater? Wer kackt seine Mitspieler mehr an? Ich werd schon ab und zu mal sauer. Ich friss das erste mich rein und dann kann ich auch ab und zu, auch gerade junge Spieler, mal blöd anfahren. Und wer von euch beiden motiviert die anderen Spieler am Eis mehr? Das ist dann der Chef. Er spricht schon mal in der Kabine da ein Wortwende. Er weiß den richtigen Zeitpunkt, wenn er was sagen muss zum Team. Das macht er ganz gut. Wer von euch beiden ist die größere Memme? Definitiv. Ja, für sicher. Wenn es zu Anfragen kommt? Ich habe ihn noch nie einen Tag ausgelassen. In der Praxis. Der Mann, der letzte Jahr für die halbe Saison war, war eine wunderschöne Anfragen. Wunderschöne Anfragen? Niemand wusste gar nicht, was falsch war mit ihm. Er war für die halbe Saison. Wer von euch beiden hat mehr Talent? Talented. Ich gebe es. Ja. Ich gebe es zu Sides. Jason, wir fangen mit dem Holzstamm auf dem Eis rum in der Hand. Was war das? Wer von euch gibt eher Geld für sinnlose Sachen aus? Das ist ein einfaches. Natürlich. Es ist, weil du viel zu viel Geld hast, also er hat einfach Geld auf was er kann. Das ist eine komplette Lade. Ich habe keine dumme Geld. Alles gut investiert. Es ist Don. Really? Sir, do you got directions to the ice hockey arena? Hi Don, I'm Nico. I've been driving around your players for the last weeks now. We're doing interviews in the cars. Who are these guys? Thanks, John. Alright, boys. This is it. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an Drive.de. Da gibt es die besten Mietwagen. Schön, dass ihr das Ganze möglich gemacht habt. Servus, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Jevön. Dieses Mal.